da damit ein ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky Factory 2.5 mit mir der Imkirsch. So, wir hatten ja vorige Folge mit unseren Top-Managern ein bisschen programmiert. Ich habe das noch Offscreen für die 4-fach Komprimierung gemacht, weil das müsste eigentlich lang das zu zeigen. Ich werde es gleich mal kurz hindüsen, um es euch zu zeigen. Ich darf einmal es jetzt nicht vergessen. Ähm, zum, zum einen Timer zu starten. Das wäre nämlich wieder kollektiv irrsinnig. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier in der Folge gemacht habe mit den drei Pulverizern. Die tun quasi unsere verarbeiteten Erze aus Gravel und Endstone hier drinnen Pulverizen. Und ja, hier haben wir unsere Cobblestone-Vervierfachung, also hier vierfach komprimierten Cobblestone. So sieht es dann am Ende aus. Das war bloß einen Schritt mehr. Und hier machen wir das mit einer dreifache Dreifachen. Und ja, jetzt gehen wir erst mal ich weiß nicht, ne gut, die Baumform habe ich glaube, mit der Offscreen eingerichtet wieder. Ich habe hier hinten noch eine Deep Storage Unit angeschlossen, nur für Oakwood. Und zwar ist das diese hier. Da ist jetzt unser gesamtes Oakwood drinnen, was wir hier sehen. Gut, und jetzt hatte ich mir noch überlegt, ich mache noch, weil wir jetzt hier gerade die 4 und 60 Minicure Seeds drinnen haben, ich mache noch ein Minicure Feld, weil wir brauchen ja noch eine Tonnerizer, diese für den Pulver, ich müsste jetzt lügen. Für das Pulsating, Grow Pulser, für jeden Block hier so einen Minicube, Minicube-Blocken. Ja, und dafür brauchen wir halt die 9. Und deswegen machen wir uns jetzt mal noch 2, 3 Maschinenframes. Ach komm, wir machen gleich mal 10 Stück, weil wir brauchen immer mal welche von RF-Tool. Und ich habe da Offscreen hier die ganzen Upgrades reingeballert, also die Acceleration Cards. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was fehlt. Ich denke mal, es wird Sand fehlen, also Glas. Ja, gut, aber 3 haben wir schon fertig. Damit können wir uns jetzt noch einen Planter machen. Allerdings könnten wir uns jetzt gerade, habe wir Clay ein wenig. Da machen wir uns gleich mal noch ein bisschen Bricks. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen verschnieft klinge. Ja, ich habe ein bisschen eine Zunase. Vor allen Dingen, abends, zu Abendszeit ist das immer schlimm. Gut, natürlich hat mich jetzt gerade noch eine Mücke gestochen. Ole, Mücke ole. Die hat sich gedacht, ich gönne mir jetzt mal einen kurzen Mitternachtsinbiss. Aber naja, was soll's. So, was haben wir jetzt hier alles schon? Jetzt fehlen noch Pistons. Und ich denke mal, das wollen wir jetzt gerade im Endeffekt nicht hinkriegen, da noch was gecraftet wird. Ne, ist fertig, alles. Wunderbar. Wunderbar. So, machen wir gleich mal ein paar mehr. Coppergear. Ja, die Cards können wir gleich noch 2 machen. Und da haben wir schon mal den Blender wieder. Harvestfair. Ähm, ja, da fehlen uns mindestens Invar. Das war jetzt nicht so schön. Ich wollte jetzt keine Hau machen. Okay, das heißt, wir brauchen Iron und Verrös. War, glaube ich, 2, 1. Müsste jetzt lügen. Oh ja, die Baumform arbeitet nackt. Dadurch kann es sein, dass immer mal hier ein Mob auftaucht. Aber das stört uns jetzt nicht. Ja, 2, 1. Wunderbar. Und bis wir dann schon wieder am E-System sind, sind unsere 6 Stück durch. Oh, nein. Harvester. So. Really, fehlen jetzt wirklich Sticks. So, das langt der mir jetzt. Jetzt machen wir es mal 1000 Sticks hier. Ah, es tut erst mal das ganze Oakwood um. Kann sein, dass ich die gerade da zusammen reingetan habe. Mal gucken. Ja. Nö, eigentlich nicht. Okay, weil halt nicht gerade genügend Holz da war. Was soll's. Nicht lang schnacken. Kuppe nacken. So, und da ist auch unsere Builder-Strend. Die hat's weg. Eine Schere brauchen wir noch. Es fehlen Gold-Gears. Aber das macht nix, haben wir ja was. So, jetzt haben wir diese. Jetzt benötigen wir noch Iron-Upgrades. Oder ne. Tin-Upgrades. Finden wir sie hier. Nö, äh, machen wir halt so. Upgrade. Und zwar brauchen wir da die Tin. Eins, zwei. Wunderbar. Ah, ich hab noch ein Basic-Filter. Das nehmen wir mit. Conduit. Item. Strom. Ähm, vibrant. Machen wir bitte noch. 13 Stück. Dankeschön. Denn wir brauchen wieder mal Stromkabel. Ja, dann brauchen wir jetzt erstmal wieder Dirt. Ah, lieber zu viel als zu wenig. Dann brauchen wir unser Sigil. Denn wir müssen ja noch ne Opeki-Skanne machen. Da hab ich, glaube ich, ein bisschen Bedrockium vorproduziert, oder? Bed. Ja, wir können uns dann die Gießkanne machen. Da brauchen wir noch ein bisschen Iron. Wir brauchen ja ein Speer. Das heißt, wir brauchen noch zwei Diamanten. Und ich hätte gleich das Obsidian mitnehmen können. Ne, wir brauchen ja nur eins. Gut. So. Wie liegen wir unter der Zeit? Naja, gut, wir haben noch acht Minuten. Über acht Minuten. Ähm, was machen wir zuerst? Wir machen zuerst das Schwert und die Opeki-Skanne. Da haben wir den Teil schon mal weg. So rum war's. Ich glaube, ansonsten muss ich mich wieder... Nein, so war's. Und jetzt. Dankeschön. So, nehmen wir mal noch ein Herz von uns weg. Oh ja, wir müssen noch eine Menge von diesen Tinkers-Herzen machen. Wir haben hier gerade mal eins. Okay. So, dann machen wir jetzt mal schnell noch die Gießkanne. Und ich hatte eine Trophäe bekommen von dem Creeper. Boom. Der macht nur den Geräusch und das Effekt, aber nichts ist kaputt. Das ist schön. Watering. Das kommt davon, wenn man auch sparen will. Watering. So, jetzt müsste es aber gehen. Fällt es wirklich noch? Seelenfragment. Gut. Damit es die nächste Gießkanne. Okay, dann brauchen wir noch einen... ...autonomus... ...Activator. Oh, da haben wir gerade mal die Truhe. Haha. Oh ja. Oh ja. Aber wenigstens können wir jetzt auf jeden Fall den Pisten so herstellen. Katastrophen haben wir genügend im System. Ah. Wunderbar. Das Plätzmittel. Platzsparend. Platzsparend bauen. Ah, dass die Wischen-Sitzel halt eigentlich wegtun können. Hätte ich. Habe ich aber nicht. Eins, zwei, drei, füttup. Genau da kommt der Plan dahin. So. Ja, okay. Das ist jetzt gerade wieder mal... ...böse Ender-Chest. Okay, hätte doch nur ein Stack gelangt. Naja gut. Lippen wir haben mehr, als wir hätten mehr. Dann kommt hier der Harvester. Das Upgrade rein. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen... Stromkabel. Gut, dass wir unsere Shiny Pig-Aggs haben. Okay, das dürften wir eigentlich alles noch in der Folge hinkriegen. Item, das müssen wir hier auf Insert. So, Strom. Ah, war klar. Ah, wird zugebaut. Strom, müsste mal so hinkriegen. Ja, sieht gut aus. Ah, einen noch. Und dann kommen wir den Autonomes. Hätten wir hingemachen können. Hätte es hier gepasst. So. Ähm, Right-Click. Nein, wir nehmen bloß First-Lot-Oni. Und gehen uns noch mal schnell hinlegen. Denn vier Minuten haben wir noch Zeit. So, dann kriegen wir das noch in aller Dings. Könnte ich ja mal kurz gucken. Ähm, Tier 1. Dann machen wir uns nämlich mal einen von denen. Craft jetzt hier noch, oder hat es mir da was drin gelassen? Wollen wir mal kurz den hier. Dann, das tut es jetzt ganz scheint gerade nicht machen. Ähm, Tier 1. Bräuchte ich nämlich mal einen. Dankeschön. Weil wir brauchen ja bloß die Mini-Q-Blöcke. Item, Conduit, Ender-Chest. Da haben wir gerade nur noch eine. Tja, ressourcensparend. Essence. Und da haben wir nämlich die Blöcke gleich wieder. So. Jetzt. Machen wir hier den Craft-Lot-Tier 1. Insert. Das und nur diese hier. Hier machen wir Extract Always Activated. Da kommen nämlich hier unten dann die Sits rein. Die können wir ja aber schon mal hier reinballern. Ja, bringt nichts daher noch. Irgendwie Strom fehlt. 1, 2, 3. Man muss das Kabel schon richtig legen. Aber ich denke mal, es wird ein, zwei Kabel fehlen uns. Zwei Kabel. Hm. Wo zwack ich die jetzt mal fix ab? Hier geht's nicht. Okay, hier könnte ich's eigentlich machen. Tätig 1, 2. Und zumindestens 1. Hi, 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 hi. Da ich da auch noch mit der Angetics gearbeitet habe, ist das auch nicht so sehr schön. Hier hab ich auch kein Kabel übrig. Verdammt. So, guck mal nochmal. M Vibrant. 1. Kriegst du das hin? Irgendwie nicht. Ah, ist bestimmt überfordert, weil es Energetic herstellen muss. Machen wir mal Energetic. Haha. Das geht. Demzufolge ist das überfordert. Also machen wir jetzt hier noch einen Vibrant. Jetzt müssen wir es allerdings hinkriegen. Okay, anscheinend funktioniert das so doch nicht. Dann muss ich das wieder umarbeiten. Wir brauchen Redstone. Glowstone. Und einmal Gold. Und ja, in den Bed-Bags, die da kurz zu sehen waren, da sind... Ach, genau, deswegen. Ah, deswegen. Gut, dann muss ich das mit dem Sand nochmal umswitchen. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Sag ich mal hier. Danke für's Zuschauen. Hört euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten, tschüss. Vollkommen euch. Wir lassen in dem Sinne. Haut und Ei. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.